Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Du sollst nicht zu enge Schuhe tragen. Setz dich mal gerade hin. Trage deine Schultasche auf dem Rücken und nicht in der Hand. Treib mehr Sport. Hast du solche Sätze schon einmal von deinen Eltern gehört? Weißt du auch, warum deine Eltern dich darauf hinweisen? Eine falsche Körperhaltung kann deinen Körper schädigen und das solltest du vermeiden. Wie genau das geht, zeige ich dir in diesem Video. Du erwartest von deinem Körper, dass er jeden Tag einwandfrei funktioniert und dass du keine Schmerzen hast. Dafür solltest du... Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.